Wir befinden uns hier in der U-Land-Straße. In der U-Land-Straße ist es zu einem Dachstuhlbrand gekommen im Bereich eines Spitzbodens eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnungen sind zur Zeit nicht betroffen, sondern nur der Spitzboden. Als wir eintrafen, war der Spitzboden bereits im mittleren Bereich komplett durchgebrannt. Es war Feuerschein zu sehen. Uns wurde sofort gesagt, dass keine Personen mehr im Gebäude sind und somit konnten wir uns ausschließlich auf eine intensive Brandbekämpfung vorbereiten. Während der Brandbekämpfung gab es ein kleines Problem. Der Spitzboden war nur zu erreichen über eine kleine Dachluke der Dachgeschosswohnung. Somit mussten wir erst einen Zugang verschaffen zu diesem Dachgeschoss. Es wurden keine Personen, keine Tiere verletzt. Alle Personen und Tiere waren bereits vor Eintreffen der Feuerwehr außerhalb des Gebäudes, werden auch alle betreut und werden auch diese Nacht alle irgendwo bei Bekannten und Freunden unterkommen. Die Bundeskanz avez schon wieder in Unit 10,7ids und 3,7ids. Die Bundeskanzlerin dulu auch nochเส Glac République zu veröffentlichen. Osaka und Lokal zusammen. Auch uns wir in Berlin haben eine Oberöden Personen vor dem ? Ispan programs sind cyber- oder Woods da? Die Bundeskanzlerin nicht vor sehr gouvernement. Untertitelung des ZDF, 2020